Ein halber Pfund Stritschkes und ein Viertel Pfund Schwommen und eine kleine Zipperle, als geht sie hakt. Aber die Zipperle darf sein feiner gehackt. Feiner gehackt. Ja. Wir warfen alle die Grinsen, die rein in ein Patellen beprägt ist, vor zehn Minuten, mit ein Teelöffel Bäume. Raam? Oder dass sie bei dir AT-Lefelle? Du sind aus für em' ein Bubba's T-Lefelle. Es wird vorsichtig feier, mit dem feier. Ich glaube, das wird scheinst du den größeren feier, weil wir sind hier so mit der Grillen von Zipuren ist. Wir sind ein viel lieblich, nicht alles, nicht alles. 4,5 Inches 4,5 Inches? Schiffer, du hast es gemacht 1,5 Inches Das geht nicht nur ein Zentimeter Dann so, kuchen Sie es jetzt und wir dürfen es rein mit Wasser gesalzen kochen dicke Wasser Wir kochen es paar Mehl paar Mehl 20 Minuten und sie sollen sich nicht zeneinander fallen Wir müssen sehr vorsichtig sein denn sie sind sehr delikat Ich weiß nicht, ich habe speziell auch gekocht auf den Knäderlach, dass sie was für Atam sie haben Siehst? Schiffer Wir müssen suchen Edel Knäder Ich weiß nicht, es ist ein free country die jüdische Böre kauft Schleim Aleichem Eich Seid bei Grießt meine Teiere Wir sind gekippt zu Eich Wir sollen machen Genüttungen Hebt euch den Fisch beim Mehlach und zählt 10 Mal auf jeden Fisch Und als wir werden stärker können wir nützen das schwerere Ja, in euch wirotischen Gewichten können wir nützen das Wasser Schifferle, euch werdet das machen Wenn ihr in den Klinge gießt euch ein bisschen Wasser Bemerkt Betty hält nicht keine Gewichten Aber ich hält ja die Gewichten bei den Achseln Sehst du oder du? Sehst du? Du schon Der Muskel, sehr gut 3 3 3 Oder so Er macht das sehr gut 4 Seht wie scherzt er du? 5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 96 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 15 150 15 15 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020